Oh mein Gott, Freunde, wir testen heute 10 geheime Tricks, um zu 100% einen legendären Brawner zu bekommen. Okay, also, im Prinzip auch ganz einfach, ne, einfach dieser Sprung. Man soll nämlich im nächsten Trick einem Club beitreten, der Free Legendary heißt. Und? Was? Ich trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es mal wieder ein ultra krasses Video auf diesem Kanal. Wir werden im heutigen Video 10 geheime Tricks testen, womit man angeblich zu 100% einen legendären Brawler bekommen soll. Und zwar findet man eben unglaublich viele Videos, wie man angeblich zu 100% einen legendären Brawler bekommen soll. Und ich habe mir eben die Arbeit gemacht und insgesamt 10 verschiedene herausgesucht, die ich in diesem Video testen werde, damit ihr seht, was funktioniert und was nicht. Dafür habe ich mir auch einen Account rausgesucht und ihr seht auch auf jeden Fall, dass ich hier noch keinen legendären Brawler habe. Also so könnte ungefähr so ein Account von einem von euch auch aussehen, der vielleicht es noch nicht geschafft hat, einen legendären Brawler zu bekommen. Zum Beispiel Griff und Grom fehlen hier noch. Drei mythische, eben alle legendären und noch ein paar chromatische. Ist, finde ich, ein sehr realistischer Account auf jeden Fall. Und hier werden wir das Ganze eben austesten. Aber bevor es losgeht, nochmal eine ultra wichtige Ankündigung. Oh mein Gott, Freunde, wir werden wieder einen 50 Stunden Livestream machen. Und zwar vom 15. Januar um 9 Uhr auf meinem Kanal bis, ja, insgesamt natürlich bis der neue Brawler Fang rauskommt. Am Sonntag wechseln wir um 8 Uhr auf Kevins Kanal. Der Stream geht dann bis zum 17. Januar um 11 Uhr, wo der neue Brawler Fang rauskommt. Wir werden ultra krasse Sachen in dem Stream machen. Seid unbedingt dabei. Also, Freunde, testen wir auf jeden Fall Trick Nummer 1. Einer der häufigsten Tricks, die ich bisher so gesehen habe. Und zwar gehen wir jetzt erstmal zum Creator Code Feld. Aktuell habe ich natürlich Creator Code Lukas eingeben. Macht das auf jeden Fall gerne, Freunde. Einfach mal auf Abschicken drücken. Aber man soll ja auf jeden Fall eingeben, den Wunsch Brawler, den man sich eben wünscht. Und zwar, ja, gehen wir jetzt erstmal zu dem, den wir uns mal wünschen. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir dafür einfach mal einen Meg. Weil Meg ist eben der neueste Legendäre, den wahrscheinlich noch die wenigsten haben. Also, ja, tragen wir einfach mal einen, würde ich sagen. Ähm, ja, Slash Give Me Meg. Also, das ist ja so ein Klassiker auf jeden Fall. Ist natürlich ungültig, aber wir schicken ihn mal dreimal ab zur Sicherheit. Und genau. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir mal ein paar Boxen eben. Natürlich nicht ultra viele, weil sonst ist es natürlich unfair. Ähm, aber wir testen, ja, sechs verbleiben. Das ist natürlich optimal. Und wir haben aber Bell gezogen, Leute. Okay, also auf jeden Fall schon mal der erste Trick, würde ich sagen, ist ein X. Funktioniert schon mal nicht. Können es ja immer so machen, solange müssen wir so einen Brawler ziehen. Und wir kommen zu Trick Nummer zwei, Leute. Und zwar lautet der, dass man zehnmal auf den Brawler tippt, den man bekommen möchte. Den können wir auch direkt mal ausprobieren. Und zwar in dem Fall zehnmal auf Mac. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Let's go. Also, wir haben jetzt zehnmal auf Mac gedrückt. Auf das Icon sozusagen. Und jetzt testen wir es direkt mal wieder aus. Und kommen zu der ersten Megabox. Sieben verbleibende. Okay, einmal auf jeden Fall ein Gadget. Oh, und Squeak, Digga. Alter, auch sehr, 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 sehr krass. Aber es ist eben auch nicht Mac eben oder ein legendärer Brawler, wie eigentlich gedacht, ne. Von daher auch in dem Fall ein X für den zweiten Trick, Leute. Trotzdem sehr krass, dass wir auch hier was gezogen haben. Und als nächstes gibt es eine sehr spezielle Sache, wo wir tatsächlich aber auf einen anderen Account gehen müssen, um das zu testen. Und zwar gehen wir dafür mal auf den Adventskalender-Account. Denn wir brauchen dafür einen Account, der mindestens 900 Pokale hat. Warum, fragt ihr euch vielleicht. Das liegt an dem Kollegen hier. Und zwar Clubs, Leute. Ihr habt wahrscheinlich alle schon über 900 Pokale. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir sind jetzt hier gerade noch im Adventsclub tatsächlich drin. Aber den müssen wir jetzt einfach mal verlassen, leider dafür. Und genau, man soll nämlich im nächsten Trick einem Club beitreten, der Free Legendary heißt, ne. Das habe ich tatsächlich auch schon mal ausprobiert gehabt. Und zwar ist Perfekt vielleicht sogar der geeignet, ne. 29 von 30, wir tun mal beitreten. Und wir sind dem Club sofort beigetreten. Sehr, sehr krass. Und jetzt, da wir in diesem Club sind, ihr seht schon, hier schreiben die Leute auch rein, welchen Brawler sie wollen. Give me Leon, I want Leon und so weiter. Wir schreiben jetzt mal, I want Mac, ne. Und das schreiben wir jetzt mal in den Clubchats sozusagen rein, vom Free Legendary Club. Und jetzt testen wir mal aus, ob das Ganze etwas gebracht hat. So, Leute, kaufbar erfolgreich. Ja, ein paar Gems haben wir jetzt mal ausgegeben, um das Ganze mal zu testen. Bitte ladet aber nicht extra Gems auf, um diese Tricks zu testen, Leute. Das kann ich euch nicht empfehlen. Weil eigentlich sollten diese Tricks grundsätzlich erstmal nicht funktionieren. Natürlich auch nochmal Creator Code Lucas eingeben. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Mac bekommen. Wir haben sieben verbleibende Instant. Oh, oh, und nochmal Buzz, Digga. Also, Leute, der erste Brawler, den wir hier sozusagen gezogen haben, ist Buzz. Und es ist nicht Mac. Also, im Prinzip hat auch dieser Trick in dem Fall leider nicht funktioniert, wenn wir jetzt vom ersten Brawler ausgehen, den wir eben ziehen. Kommen wir zum nächsten Trick. Und zwar lautet der, dass man zehnmal auf das Profilbild tippen soll von dem Brawler, den man ziehen will. Also, wir gehen jetzt mal wieder zu Mac, würde ich mal sagen. Und drücken jetzt zehnmal auf Mac. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also, Leute, zehnmal auf Mac gedrückt. Jetzt testen wir, ob das Ganze auf jeden Fall funktioniert. Und gehen mal direkt zu der Megabox. Und schauen mal, was der nächste Brawler ist, den wir hier bekommen. Wird es dann auch direkt Mac vielleicht sogar sein? Oder ein legendärer Brawler? Wir werden es auf jeden Fall sehen. Bin mal gespannt, Leute. Aber natürlich, wie gesagt, ich empfehle euch nicht, das Ganze zu testen, weil es sehr, sehr teuer ist. Und ihr habt gar keine Garantie, dass das überhaupt funktioniert. Und wir haben auf jeden Fall ein Gadget. Okay. Mhm. Schade, schade. Aber wir machen nochmal weiter. Öffnen nochmal ein paar Boxen, um das Ganze eben, ja, zu sehen, was ist der nächste Brawler, den wir hier so bekommen würden. Äh, hoffentlich, ja, ziehen wir jetzt überhaupt auch einen Brawler. Und, äh, ja, sechs verbleibende. Oh, lol. Einfach mal Asch, Digga. Okay. Okay, also auch dieser Trick, äh, der angeblich funktionieren soll, hat nicht funktioniert. Wieder mal ein X hierhin, Leute. Aber wir machen weiter mit dem nächsten Mal. Und zwar hat das Ganze mit dem Team-Chat zu tun, Leute. Äh, im Prinzip auch ganz einfach. Wir erstellen einfach einen Team-Code und haben ja dann sofort den Team-Chat am Start. Und hier sollen wir jetzt eben, äh, mit einem Code das Ganze reinschreiben. Und zwar Slash-Give-Me-Meg zum Beispiel auch, ne. Mmh, so eine klassische Nachricht. Immer mit einem Slash, dann Slash-Give-Me und dann den Brawler, den man eben will. Und, ja, ich schreibe es jetzt mal in den, äh, Chat rein. Und jetzt bleibe ich auf jeden Fall in der Lobby und öffne wieder die Boxen und teste, ob dieser Trick vielleicht jetzt klappt. Wäre geisteskrank natürlich. Sechs verbleibende direkt. Und es ist aber ein Gadget. Okay, das heißt, wir öffnen nochmal ein paar Boxen und testen es natürlich. Natürlich kann es auch immer Zufall sein, Leute, wenn ich jetzt einen legendären Brawler bekomme, ist ja klar. Aber trotzdem, es geht ja auch um den Spaß und das Ganze zu testen. Und, ach, Mann, Digga, schon wieder ein Gadget. RIP an der Stelle, Leute. RIP an der Stelle. Weiter geht es. Fünf verbleibende, okay. Sechs verbleibende. Ah, Mann, Alter, eine Star-Power ist natürlich auch nicht so geil. Aber machen wir direkt weiter. Und der Sechs verbleibende. Oh, und wir haben Colonel Ruffs gezogen. Okay, Colonel Ruffs ist natürlich nicht Mac. Dementsprechend auch hier. Hikex hat leider nicht geklappt, das Ganze. Und, ja, wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten, äh, ja, Tipp auf jeden Fall oder Trick. Und zwar soll man wohl den Brawler 20 Sekunden in der Trainingshülle austesten, den man ziehen will. Also, wir gehen jetzt mal auf Mac und der Timer läuft ab. Ah, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und zwar ab jetzt. 20 Sekunden soll man den Brawler jetzt auf jeden Fall testen. Ne, so ganz normal, wie man eben in der Trainingshülle testen würde. Aber genau 20 Sekunden, Leute. Wir haben jetzt schon mal 10 Sekunden ungefähr, genau. Also, ich gucke jetzt hier noch parallel auf den Timer mal, dass ich das ungefähr richtig mache. Und genau bei 20 Sekunden soll man dann eben rausgehen. Und zwar jetzt. Okay, Leute, das sollten 20 Sekunden gewesen sein. Und jetzt wieder genau das gleiche Spiel. Wir gehen wieder zu den Boxen und schauen mal, ob das Ganze funktioniert hat. Sieben verbleibende. Oh, einmal Star Power. Und. Was? LOL. Oh mein Gott, Digga. Wir haben Crow gezogen. Oh mein Gott, Digga. Okay, krank. Digga, war das die zweite Box, ne, nachdem wir das getestet haben. Okay, das ist sehr, sehr heftig, Leute. Das Ding ist aber, wir haben Mac getestet und Crow bekommen. Ist halt jetzt die Frage, ne, ob das jetzt zählt oder nicht. Weil eigentlich ist das so, in dem Fall, dass man ja quasi hätte Mac bekommen müssen. Aber, Digga, geisteskrank, Alter. Mega heftig. Also, ich sag mal, wir lassen mal diesen Trick unkommentiert jetzt hier, ne. Weil ich kann auch sein, dass es natürlich Zufall war. Geisteskrank, Leute. Wir haben tatsächlich einfach mal Crow gezogen. Mega heftig. Trotzdem testen wir natürlich noch mal die anderen Tricks. Vielleicht funktioniert ein anderer ja noch genauer. Und zwar, ähm, ja, gibt es eben einen Bot-Club. Und zwar, äh, ja, seht ihr ja hier die ID, wie ihr den findet. Hashtag 9U22GGV0. Einfach eingeben mit dem Hashtag. Und dann sucht ihr den Club. Und dann kommt der Club 1234567. Und genau, das ist ja dieser Bot-Club, ähm, wo nur Bots drin sind. Und hier kann man ja eben auch versuchen, beizutreten. Und das machen wir jetzt 10 Mal. Wir versuchen 10 Mal, dem Club beizutreten. Also, Club ist nicht offen. 2, 9 und 10, Leute. Also, 10 Mal haben wir jetzt versucht, dem Club beizutreten. Und jetzt würde ich sagen, öffnen wir mal wieder Boxen und schauen, ob das was gebracht hat. Vermutlich eher nicht. Auf jeden Fall. Oh, 8 Verbleibende. Und Gadget. Okay. Ja, nicht optimal natürlich, Leute. Nicht optimal. 8 Verbleibende wieder. Und Surge. Okay. Also, auch hier in dem Fall natürlich ein X hat nicht funktioniert, Leute. Jetzt, äh, ja, testen wir direkt mal das Nächste aus. Und zwar soll es damit eben möglich sein, ja, mit dem Wunschbronner den Boss in der Trainingshöhle killt. Nehmen wir mal Spike. Komm, würde ich sagen. Nehmen wir mal Spike. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Ihr seht jetzt ein kleines Zeitraffer. Dann sollen wir ihn bekommen. Okay. Okay, let's go. Und, Leute, let's go. Da haben wir auf jeden Fall den Boss besiegt. Und dann eben raus, äh, sozusagen. Und jetzt, äh, testen wir, ob wir Spike bekommen würden. Tatsächlich. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich weiß es tatsächlich echt nicht. 6 Verbleibende haben wir auf jeden Fall. Das bedeutet nichts aus dieser Box. Auch 6 Verbleibende. Oha, Leute. Ihr seht schon. Oha. Die Jams sind leer. Wir haben jetzt schon so viele Boxen geöffnet, Leute, dass ich auf jeden Fall sagen würde, dass der nicht funktioniert. Also, auf jeden Fall ganz klares X hier an der Stelle. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu dem neunten Punkt, Freunde. Äh, ja. Die Pose von dem Vorder nachzumachen, den man ziehen will. Komplett lost. Ich weiß, Leute. Machen wir das mal bei Spike auch, oder? Spike hat eine ganz einfache Pose. Die gucken wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal an. Hier. Zack. Okay. Also. Im Prinzip auch ganz einfach, ne? Einfach dieser Sprung. Und dann auf jeden Fall. So, Leute. Also. Jetzt gehen wir nochmal wieder in die Boxen rein. Auch hier öffnen wir wieder nur wenige Boxen, natürlich. Sonst, äh, ja, würde es ja auf jeden Fall nicht funktionieren. Gadget. Okay. Nicht so nice, natürlich. Nicht so nice. Ja, okay. Also. Weiß ich nicht. Wir machen nochmal eine. Acht verbleibende. Ah, aber Gadget. Leute. Ich würde auch sagen, das hat auch nicht funktioniert. Der nächste Trick tatsächlich. Und wir kommen auf jeden Fall jetzt zum zehnten Punkt, Leute. Und der zehnte Punkt ist tatsächlich ein Punkt, den man schon, äh, ja, relativ oft gesehen hat. Und der auch schon oft funktioniert hat, erstaunlicherweise. Und zwar hat der mit dem Namen zu tun, Leute. Natürlich, ihr kennt es alle. Tomar 753. Der Mythos, mit dem man angeblich sofort einen legendären Brawler bekommt, wenn man sich so nennt. Und jetzt öffnen wir mal die Box und schauen, ob es geklappt hat. Wir haben jetzt da noch eine Box übrig. Okay. Hier war auf jeden Fall noch nichts drin. Wir laden nochmal ein paar Gems auf. Okay, Leute. Kauf war erfolgreich. Und ich würde sagen, wir öffnen auf jeden Fall jetzt die Box. Sechs verbleibende. Und ja, wer weiß, ne. Also vielleicht funktioniert der Tomar 753 Trick. Acht verbleibende. Okay, hier haben wir auf jeden Fall was. Nee, aber es ist auch ein Gadget. Ich würde also auch sagen, dass dieser Mythos nicht stimmt in dem Fall, Leute. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, ihr habt es gesehen, Leute. Es hat tatsächlich bei einer Sache funktioniert. Kann aber auch Zufall gewesen sein. Ansonsten, genau. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Like da. Wir sehen uns. Und damit, ciao, ciao.